Viele Menschen bleiben lieber in ihrer Komfortzone, doch das gilt wohl nicht für Sarah Engels. Die Sängerin spielt schon seit langem mit dem Gedanken, einmal auszuwandern. Sarah Engels liebt es zu reisen und neue Orte zu entdecken, doch an einem völlig anderen Ort zu verweilen, war bisher noch nie Thema. Jedoch kam der Gedanke, auszuwandern und völlig woanders zu leben, immer mal wieder in den Sinn. Allerdings möchte sie das nicht alleine tun, sondern gleich die gesamte Familie mitnehmen. Wo das neue Leben der Sängerin geschehen soll, ist zwar nicht bekannt, doch die Auswahl umso größer. Erst vor kurzem war sie im Skiurlaub und war vorher immer an sonnigen Stränden aufzufinden. Eventuell plant sie mit der Auswanderung sogar international, an Bekanntheit und größeren Erfolg zu gelangen. Oder aber sie zieht sich zurück und plant ein ruhigeres, entspannteres Leben zusammen mit ihrer Familie. Ob sie aber wirklich auswandern wird, wird sich dann in der Zukunft zeigen. Glaub dir, sie wird es irgendwann tun. Und wenn ja, wohin könnte es gehen? Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.